Jede Nacht, egal welches Wetter gerade ist, läuft etwas unsere Straße entlang und pfeift leise. Man kann es nur hören, wenn man im Wohnzimmer oder in der Küche ist, wenn es vorbeigeht. Und es beginnt immer pünktlich um drei Uhr drei. Das Geräusch beginnt schwach, irgendwo am Anfang der Straße in der Nähe des Carson-Hauses. Wir wohnen eher in der Mitte der Straße, sodass das Pfeifen an uns vorbeizieht, bevor es in Richtung der Sackgasse verklingt. Als ich jünger war, haben sich meine Schwester und ich nachts manchmal in die Küche geschlichen, um zu lauschen. Mama und Papa mochten das nicht, und wir hätten Ärger bekommen, wenn sie uns dort erwischt hätten. Aber sie waren nie allzu streng mit uns, da wir uns immer an die eine große Regel gehalten haben. Versuche nicht, nach dem zu sehen, was da pfeift. Meine Nachbarschaft ist ein komischer Ort. Ich wohne hier seit meinem sechsten Lebensjahr und liebe es hier. Die Häuser sind klein, aber gepflegt, mit schönen Gärten und viel Platz zum Herumtollen. Es gibt viele andere Kinder in meinem Alter. Wir sind zusammen aufgewachsen und haben immer vier Felder Mühle auf dem Spielplatz in der Sackgasse gespielt oder sind im Sommer von Veranda zu Veranda gezogen. Es war ein guter Ort zum Aufwachsen, das kann ich jetzt erkennen. Und es gibt hier nur zwei seltsame Dinge. Das nächtliche Pfeifen und das viele Glück. Das Pfeifen hat mich nie sonderlich gestört. Wie gesagt, ich konnte es von meinem Zimmer aus gar nicht hören. Aber Mama und Papa reden nicht gerne darüber, also habe ich aufgehört zu fragen. Mein Vater ist ein starker Mann, groß und ruhig. Er hat einen Akzent, seit er als Kind in die USA gezogen ist. Seine Familie, meine Großeltern kommen von den Inseln, so nennen sie es. Mein Vater ist nur dann nicht ganz ruhig, wenn das Pfeifen zur Sprache kommt. Dann spricht er etwas schneller, seine Augen bewegen sich schneller und er sagt uns, wir sollen nicht so viel darüber nachdenken und uns immer an die eine Regel erinnern, die große Regel, nicht nach draußen schauen, wenn der Pfeifer vorbeigeht. Nachschauen könnten wir sowieso nicht, selbst wenn wir wollten. Wissen Sie, an jedem Fenster sind Innenrollläden angebracht. Dicke, schwere Planen aus Segeltuch, die von oben heruntergezogen und am unteren Fensterrahmen verriegelt werden. An jedem Verschluss befindet sich sogar ein kleines Schloss, ungefähr so groß wie das eines Tagebuchs. Mein Vater verriegelt diese Rollläden jeden Abend, bevor wir alle ins Bett gehen, und behält den Schlüssel in seinem Zimmer. Meine Mutter, ich weiß nicht, was sie über das Pfeifen denkt. Ich habe sie schon einmal im Wohnzimmer gesehen, um drei Uhr drei, wenn das Geräusch anfängt. Ich konnte sie sehen, wenn ich meine Tür nur einen Spalt breit öffnete, um zu gucken. Sie ist nicht oft da draußen, zumindest habe ich sie nicht oft erwischt, aber ein- oder zweimal im Monat sitzt sie, glaube ich, auf unserer großen roten Couch und lauscht einfach. Der Pfeifer hat jeden Abend die gleiche Melodie. Sie ist fröhlich. Da-da-da-da-da-dumm. Da-da-da-da-da-dumm. Erinnern Sie sich, wie ich sagte, es gibt zwei seltsame Dinge an dem Ort, wo ich wohne? Nun, neben unserem nächtlichen Pfeifer hat jeder in unserer Nachbarschaft wirklich Glück. Es ist schwer zu erklären, und Dad mag es auch nicht, wenn wir über diesen Teil sprechen. Aber den Menschen hier in der Gegend scheinen einfach oft gute Dinge zu passieren. Normalerweise sind es kleine Dinge, ein Radiowettbewerb wird gewonnen, eine unerwartete Beförderung auf der Arbeit, oder man findet im Garten Fallspitzen vergraben. Wissen Sie schon, die authentischen. Das Wetter ist ziemlich gut, es gibt keine Kriminalität, und alle Gärten blühen im Herbst besonders hell. Eine Million kleine Segnungen habe ich meine Mutter über das Leben hier sagen hören. Aber der Hauptgrund, warum wir hierbleiben, warum wir überhaupt hierhergezogen sind, ist meine Schwester Nola. Sie wurde sehr krank geboren, etwas mit ihrer Lunge. Wir konnten sie nach der Geburt nicht einmal mit nach Hause nehmen, sondern sie nur im Krankenhaus besuchen. Sie war so klein. Ich erinnere mich. Klein sogar im Vergleich zu den anderen Babys. Eine Maschine musste für sie atmen. Wir sind in unser Haus hier gezogen, um näher am Krankenhaus zu sein. Sobald wir hierhergezogen sind, ging es Nola besser. Die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Sie schoben es auf das, was sie taten. Aber wir alle konnten sehen, dass sie verwirrt waren. Aber meine Eltern wussten es. Sogar ich wusste es, dass Nolas Genesung nur ein weiterer der Millionen kleinen Segnungen war, die wir für das Leben in unserer Nachbarschaft bekamen. Deshalb sind wir geblieben, selbst nachdem wir herausgefunden haben, dass für jedes kleine Wunder, das hier jeden Tag passiert, ab und zu auch Schlimmes passiert. Aber das passiert nur, wenn man nach dem Pfeifer sucht. Sehen Sie, unsere Nachbarschaft hat einen Begrüßungsausschuss. Sie tauchen immer mit Macaronia-Auflauf, einem Geschenkkorb und einem Manila-Ordner auf, wann immer jemand Neues einzieht. Sie sind sehr freundlich. Vier Leute kamen vor sieben Jahren vorbei, als wir einzogen. Der Ausschuss machte Smalltalk, gab mir einen Snickers und hielt Nola abwechselnd im Arm. Es war ihre erste Woche nach dem Krankenhausaufenthalt, also waren sie besonders vorsichtig. Dann bat der Ausschuss darum, mit meinen Eltern unter vier Augen zu sprechen. Also wurde ich in mein Zimmer geschickt, wo ich es trotzdem schaffte, fast jedes Wort mitzubekommen. Der Begrüßungsausschuss erzählte meinen Eltern, wie schön die Nachbarschaft sei, wirklich außergewöhnlich schön, auf eine schwer zu erklärende Art und Weise. Dann erzählten sie meinen Eltern von dem noch schwerer zu erklärenden Pfeifen, das jeden Morgen um drei Uhr drei begann und um drei Uhr fünf endete. Die Gruppe, unsere neuen Nachbarn, warnte meine Eltern, dass das Pfeifen leise sei und uns niemals verletzen würde, solange wir nicht nach der Quelle des Geräuschs suchen. Diesen Teil betonten sie, und ich presste mein Ohr an die Tür, um sie angestrengt zu hören. Menschen, die nach dem Pfeifen gesucht haben, hatten kein Glück mehr, manchmal auf tragische Weise. Eine schwarze Wolke würde über jedem hängen, der nachgeschaut hat. Alles, was schiefgehen konnte, würde schiefgehen. Der Manila-Umschlag, den der Ausschuss mitgebracht hatte, enthielt Zeitungsausschnitte, Geschichten über Autounfälle und zerstörte Leben, öffentliche Todesfälle und freakige Unfälle. Nicht jeder stirbt, hörte ich den Leiter des Ausschusses zu meinem Vater sagen. Aber das Leben verlässt sie. Selbst wenn sie leben, ist nie wieder Licht in ihnen, keine Präsenz. Ich konnte hören, dass meine Mutter es nicht ernst nahm. Sie fragte immer wieder, ob dies ein Streich sei, den sie neuen Nachbarn spielen. Irgendwann wurde meine Mutter wütend, beschuldigte den Ausschuss, uns aus unserem neuen Zuhause vertreiben zu wollen, und fragte sie, ob sie rassistisch seien, weil mein Vater von den Inseln stamme. Mein Vater beruhigte sie, sagte ihr, er könne erkennen, dass unsere neuen Nachbarn aufrichtig seien und uns nur helfen wollten. Er erklärte, dass er diese Art von Geschichten schon in seiner Kindheit von seiner Mutter gehört habe, und dass er wisse, dass es seltsame Dinge gibt, die unter uns wandeln. Einige dieser seltsamen Dinge seien gut, andere schlecht, aber die meisten seien einfach nur anders. Nachdem der Ausschuss gegangen war, ging Dad zum Baumarkt, kaufte die Segeltuchrollos, die Riegel und die Schlösser und installierte sie nach dem Abendessen an jedem Fenster im Haus. In dieser ersten Nacht in unserem neuen Haus schlich ich mich um drei Uhr morgens aus meinem Zimmer und fand Dad wach auf der Wohnzimmercouch sitzen, meine kleine Schwester haltend. Mein Vater hielt seinen Finger an den Mund und tätschelte mir den Platz neben sich auf der Couch. Wir saßen da und warteten. Genau um drei Uhr drei hörten wir das Pfeifen. Es ging hin und her, genau wie unsere Nachbarn es gesagt hatten. Das Pfeifen kommt jede Nacht wieder. Wir schauen nie nach und genießen jeden Tag unsere Millionen kleinen Segnungen. Nola atmet selbstständig und ist zu einem starken, klugen Mädchen herangewachsen. Mein Vater ist sogar dem Begrüßungsausschuss beigetreten. Wir bekommen nicht oft neue Nachbarn, warum sollte jemand wegziehen wollen? Aber wenn eine neue Familie einzieht, bringen mein Vater und der Ausschuss ihnen Macaroni-Auflauf, einen Geschenkkorb und den Manila-Ordner mit. Ich kann immer am Gesichtsausdruck meines Vaters erkennen, wenn er zurückkommt, ob die Familie den Ausschuss ernst genommen hat oder ob wir bald wieder neue Nachbarn bekommen werden. Vor kurzem ist direkt neben uns eine Familie eingezogen. Die vorherige Besitzerin, Frau Maddy, ist im Alter von 105 Jahren verstorben. Sie hatte ein gutes, langes Leben gehabt. Unsere neuen Nachbarn schienen gut zu uns zu passen. Sie glaubten dem Begrüßungsausschuss und befolgten den Rat meines Vaters bezüglich der abschließbaren Fensterläden, da sie selbst ein kleines Kind hatten. Welche Zeitungsausschnitte auch immer in diesem Manila-Umschlag waren, welche Beweise auch immer, mein Vater hat sie uns nie gezeigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich überzeugend gewesen sein müssen, da unsere Nachbarn den ersten Monat lang problemlos zurechtkamen. Eines Nachts, als unsere neuen Nachbarn die Stadt verlassen mussten, schickten sie ihren Sohn Holden zu uns, damit er mit uns bleiben konnte. Er war zwölf, ein Jahr unter mir in der Schule. Ich kannte ihn vorher nicht gut, aber sobald seine Eltern ihn nach dem Abendessen abgesetzt hatten, wusste ich, dass es eine schlechte Zeit werden würde. Weißt du, wer da draußen jede Nacht immer pfeift? fragte Holden, sobald die Erwachsenen den Raum verlassen hatten. Wir drei saßen im Wohnzimmer, während im Fernsehen ein Disney-Film lief. Meine Schwester und ich wechselten einen Blick. Darüber reden wir nicht, sagte ich. Ich glaube, es ist dieser Spinner, der in dem großen gelben Haus an der Ecke wohnt, sagte Holden. Mr. Tollis? fragte meine Schwester. Auf keinen Fall, der ist echt nett. Holden zuckte mit den Schultern. Dann muss es wohl ein Psychopath sein. Nola wurde angespannt. Darüber reden wir nicht, wiederholte ich. Lass uns in mein Zimmer gehen und Nintendo spielen. Die nächsten Stunden verbrachten wir damit, Spiele zu spielen, Popcorn zu essen und dann Filme zu schauen. Eine typische Übernachtungsparty. Aber ich konnte sehen, dass Holden nervös wurde. Nachdem meine Eltern uns eine gute Nacht gewünscht, die Rollläden verriegelt und sich schlafen gelegt hatten, stand Holden von seinem Sitzsack auf und ging zu Nola und mir hinüber, die wir auf meinem Bett saßen. Habt ihr jemals versucht nachzuschauen? fragte er. Es ist fast soweit. Wie mit den meisten Übernachtungspartys hatten wir jeden Vorschlag einer Schlafenszeit gekonnt ignoriert. Ich war schockiert zu sehen, dass er recht hatte. Es war fast drei Uhr morgens. Ich seufzte. Wir reden nicht darüber. Siehst du, ich kann gar nicht versuchen nachzuschauen, weil mein Vater jeden Abend die Rollläden verriegelt und den Schlüssel versteckt. Er fuhr fort und ignorierte mich dabei. Unser Vater macht das auch, sagte Nola. Nein, antwortete Holden. Nein, das macht er nicht. Du hast doch gesehen, wie er es gemacht hat, sagte ich etwas schärfer, als ich beabsichtigt hatte. Holden grinste. Dein Vater verriegelt die Rollläden, ja, aber er versteckt den Schlüssel nicht. Er hängt ihn direkt an seinem normalen Schlüsselbund. Na und? fragte ich besorgt, weil ich schon ahnte, was er als nächstes sagen würde. Denn mir war aufgefallen, dass mein Vater den Schlüssel nach all den Jahren gar nicht mehr versteckt hatte, weil er wusste, dass wir es ernst nahmen. Also, nachdem dein Vater abgeschlossen, aber deine Eltern noch nicht ins Bett gegangen waren, bin ich auf die Toilette gegangen. Und auf dem Weg dorthin habe ich vielleicht in ihr Zimmer gespäht. Und ich habe vielleicht den Schlüsselbund deines Vaters auf seinem Nachttisch gesehen. Und ich habe mir vielleicht den Schlüssel für die Rollläden ausgeliehen. Nola und ich starrten ihn an, und sein Grinsen wurde nur noch breiter. Du lügst, sagte ich. Holden zuckte mit den Schultern. Du kannst ja nachschauen, wenn du willst. Öffne einfach die Tür deiner Eltern und schau nach. Du wirst seinen Schlüsselbund direkt auf dem Nachttisch sehen. Bleibt hier, sagte ich zu beiden. Rührt euch nicht. Ich eilte zum Zimmer meiner Eltern, zögerte aber an der Tür. Wenn Holden nicht log, würde mein Vater wütend sein. Mehr als wütend. Der Gedanke daran machte mir Angst. Aber noch mehr Angst machte mir ein offenes Fenster mit dem Pfeifer direkt davor. Ich öffnete die Tür, kaum einen Spalt breit, und schaute hinein. Aber es war zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich atmete tief durch und ging ins Zimmer. Zwei Schritte in der Dunkelheit blieb ich wie angewurzelt stehen. Das Pfeifen begann. Und ich konnte es deutlich hören. Aus dem Zimmer meiner Eltern. Mir war nie bewusst gewesen, dass sie das Geräusch jede Nacht seit unserem Einzug gehört haben müssen. Sie haben es uns nie erzählt. Ich glaube nicht, dass ich das hätte durchschlafen können. Ich stand da und lauschte dem Pfeifen, das näher kam, und war mir nicht sicher, ob ich das Licht anmachen oder nach meinem Vater rufen sollte. Leise Geräusche aus dem Wohnzimmer holten mich zurück in die Realität. Nola! Nola! schrie ich und rannte aus dem Zimmer meiner Eltern. Holden und Nola standen neben der Haustür an einem Fenster. Holden log nicht. Ich konnte sehen, wie er am Schloss einer der Jalousien herumfummelte. Ich hörte ein Klicken. Er hatte den Schlüssel. Holden stieß ein kurzes Lachen aus. Nola stand neben ihm, zusammengesackt, ängstlich, aber vielleicht auch neugierig. Das Pfeifen war jetzt direkt vor unserem Haus. Ich glaube, ich habe ein Geräusch gemacht, gerufen. Ich kann mich nicht erinnern. Die Zeit schien eingefroren zu sein, die Zeiger auf dem Zifferblatt wie festgenagelt. Aber ich bewegte mich. Ich bin nicht schnell. Ich war noch nie sportlich. Irgendwie schaffte ich es jedoch, die Strecke zwischen mir und Nola in einem Moment zu überbrücken. Meine Augen waren auf sie gerichtet. Aber ich hörte, wie Holden die Jalousie ganz herunterzog, damit sie sich lösen konnte. Ich hörte das Klicken, als sie sich zu heben begann. Und ich hörte das Pfeifen direkt auf der anderen Seite des Fensters. Aber ich hatte Nola in den Armen und drehte sie so, dass sie vom Fenster weg sah. Gleichzeitig schloss ich die Augen fest. Die Jalousie riss auf. Das Pfeifen hörte auf. Ich spürte, wie Nola in meinen Armen zitterte. Nicht gucken, okay? Sagte ich zu ihr. Dreh dich nicht um. Wir standen so, dass sie zum Flur und ich zum Fenster blickte. Meine Augen waren immer noch geschlossen. Ich spürte ihr Nicken an meiner Schulter. Mit dem Arm, der Nola nicht hielt, streckte ich mich aus und versuchte, Holden zu berühren. Meine Hand streifte seinen Arm. Er zitterte schlimmer als Nola. Holden? Fragte ich. Stille. Ich griff neben ihm vorbei und tastete vorsichtig nach dem Fenster, die Augen immer noch fest verschlossen. Das Glas war kalt an meinen Fingerspitzen. Kälter, als es für die Jahreszeit hätte sein sollen. Ich fuhr mit der Hand am Fenster hoch und suchte nach der Schnur der Jalousie. Je weiter ich griff, desto wärmer wurde das Glas. Und ein sanftes Brummen drang in meine Fingerspitzen. Ich versuchte nicht daran zu denken, was sich auf der anderen Seite des Fensters befinden könnte. Schließlich berührte ich die Schnur und riss die Jalousien zu. Ich öffnete die Augen. Im schwachen Licht, das aus der Küche drang, konnte ich Holden erkennen. Bleich und klein, der auf das jetzt geschlossene Fenster starrte. Holden? Fragte ich noch einmal. Er drehte sich zu mir um und schrie. Alles wurde zu einem Wirbel von Bewegungen. Licht blitzte im Flur auf, dann im Wohnzimmer. Die Schritte meiner Eltern dröhnten über den Hartholzboden. Ich drehte mich nicht um, um zu ihnen zu sehen. Meine Augen waren auf Holden fixiert. Er war bleich, hatte sich so fest auf die Lippe gebissen, dass eine dünne rote Blutlinie an seinem Kinn herunterlief. Und er hatte sich nass gemacht. Was ist passiert? Fragte mein Vater hinter mir. Ich schaffte es, mich von Holden wegzudrehen und zurückzuschauen. Er hat nachgeschaut. Ich hatte meinen Vater noch nie zuvor verängstigt gesehen. Aber in dieser Nacht, in diesem Moment, sah ich es auf seinem Gesicht. Eine alte, hässliche Angst. Die Angst eines Elternteils. Nur Holden? Flüsterte er mir zu. Ich nickte. Mein Vater atmete aus. Er sah so erleichtert aus, dass ich fast erwartet hätte, dass er jubeln würde. Aber dann drehte er sich zu Holden um und sein Gesicht veränderte sich. Ich fragte mich, ob es ihm leid tat, dass er sich gut fühlte, weil nur Holden nachgeschaut hatte. Da klopfte es an der Tür. Wir erstarrten alle. Holden wimmerte. Nicht öffnen, sagte meine Mutter. Sie stand an der Schwelle des Flurs. Ich hatte immer gedacht, sie wäre skeptisch und würde mit den Fenstern und dem Pfeifer nur meinen Vater bemitleiden. Aber in dieser Nacht waren wir alle gläubig. Mir fiel auf, dass meine Eltern beide Baseballschläger in den Händen hielten, die sie wohl aus ihrem Schlafzimmer geholt hatten. Das Klopfen kam wieder, diesmal etwas lauter. Bitte mach die Tür nicht auf, flüsterte Holden. Mein Vater ging zu ihm hinüber und nahm ihn in den Arm. Das werden wir nicht, versprach mein Vater und hielt immer noch seinen Schläger fest. Heute Nacht kommt niemand hier rein. Wumms, Wumms, Wumms. Diesmal war das Klopfen so laut, dass die Tür rasselte. Holden schrie wieder und Nola klammerte sich mit den Armen um meinen Hals. Meine Mutter kam herüber, kniete sich neben uns und schloss meine Schwester und mich fest in die Arme. Wumms, Wumms, Wumms. Ruf die Polizei, flüsterte meine Mutter meinem Vater zu. Das Klopfen hörte sofort auf. Mein Vater sah sich über die Schulter zu uns um. Glaubst du, er wurde von einem hektischen Klopfen unterbrochen, das in ein höfliches Tippeln überging? Polizei, sagte etwas von der anderen Seite der Tür. Die Stimme von draußen klang genau wie meine Mutter, wie ein Papagei, der ihr die Worte nachspricht. Polizei, rufen sie. Die Polizei. Tippeln, tippeln, tippeln. Polizei. Meine Mutter zog uns näher an sich. Polizei, 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 Polizei. Polizei, bitte hör auf, hörte ich sie flüstern. Ich glaube nicht, dass es hilft, wenn wir sie rufen, sagte mein Vater. Woher sollen wir wissen, wann sie es sind, die vor der Tür stehen? Das Klopfen kam wieder zurück, stärker als zuvor. Die Tür bebte, dann hörte es schlagartig auf. Nach einem langen Moment vernahmen wir das Klopfen erneut, doch diesmal schien es von der Hintertür zu kommen. Wir drehten uns alle synchron zur Hintertür, aber sofort wechselte das Klopfen wieder zur Hand. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, mal laut, mal leise, dann wieder ohrenbetäubend. Plötzlich dröhnte es gleichzeitig von beiden Türen, schwere Schläge wie mit einem Vorschlaghammer. Im nächsten Moment begann etwas gegen alle Fenster des Hauses zu trommeln, dann folgten die Wände. Es war, als würden wir in einer Trommel sitzen, auf der ein Dutzend Leute gleichzeitig wild herumtrommeln. Oder wie eine Schildkröte, die sich verzweifelt in ihrem Panzer versteckt, während etwas von außen versucht, sie herauszukratzen. Hör auf, schrie Holden hysterisch. Das Klopfen verstummte abrupt. Ich werde nichts sagen, versprach Holden und starrte gebannt auf die Tür. Ich schwöre, ich erzähle niemandem, was ich gesehen habe. Geht einfach weg und lasst uns in Ruhe. Fast eine Minute verging in angespannter Stille. Dann hörten wir es. Ein leises, unheilvolles Klopfen, 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 das von dem Fenster kam, durch das Holden zuvor geschaut hatte. Holden brach in Tränen aus, schluchzte hemmungslos wie ein Gefangener, der mit ansehen muss, wie direkt vor seinem Zellenfenster der Galgen aufgebaut wird. Mein Vater hielt ihn fest in den Armen und strich ihn beruhigend durch die Haare, log ihm aber nichts vor. Er versprach keine heile Welt, denn er wusste, es gab keine. Das Klopfen am Fenster ging die ganze Nacht weiter. Wir kauerten zusammengekauert im Wohnzimmer. Wie lange, weiß ich gar nicht. Irgendwann versuchte meine Mutter, uns Kinder in mein Zimmer zu bringen, während mein Vater zurückblieb, um die Tür zu bewachen. Aber kaum hatten wir den Flur betreten, da begann das Klopfen erneut, so laut, dass es unmöglich zu ignorieren war. Ich hatte Angst, dass die Tür dem Druck nicht standhalten würde. Schließlich gingen wir wieder zurück ins Wohnzimmer, und das Klopfen hörte schlagartig auf. Nur das leise Klopfen, Klopfen, Klopfen am Fenster blieb zurück. Keiner von uns schlief in dieser Nacht ein Auge zu. Gegen sieben Uhr morgens hörte das Klopfen endlich auf. Das ist ungefähr die Zeit, zu der hier die Sonne aufgeht. Wir warteten noch zwei weitere Stunden, bevor mein Vater vorsichtig die Jalousien an einem Fenster öffnete. Er schickte uns zuerst alle zurück ins Zimmer meiner Eltern. Ich hörte, wie er die Haustür öffnete und dann wieder hereinkam. Okay, sagte er zu uns mit angespannter Stimme. Es ist vorbei. Holdens Eltern kamen gegen Mittag zurück. Meine Eltern begleiteten Holden zu seinem Haus und verschwanden alle zusammen für eine ganze Weile drinnen. Nola und ich beobachteten sie stundenlang vom Fenster aus. Den ganzen Tag blieb sie wie angewurzelt an meiner Seite. Manchmal hielt sie sogar meine Hand ganz fest, krampfhaft umklammert. Als meine Eltern zurückkamen, sahen sie angespannt und besorgt aus, aber sie weigerten sich, uns zu erzählen, was sie mit Holdens Familie besprochen hatten. Es war ein Sonntag, also verbrachten wir den Tag alle zusammen zu Hause. Wir bestellten Pizza und schauten Filme, um uns abzulenken. In dieser Nacht schliefen alle in meinem Zimmer. Nola und Mama im Bett, ich daneben. Papa saß auf einem Stuhl, den er herbeigeholt hatte. Es gab kein Klopfen mehr, weder in dieser Nacht noch in irgendeiner anderen Nacht seitdem. Den Rest der Woche sahen wir Holden und seine Eltern nicht oft. Aber am Donnerstag stand ein Umzugswagen in ihrer Einfahrt. Nola und ich beobachteten den ganzen Nachmittag nach der Schule, wie sie packten. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, wie müde Holden und seine Eltern aussahen. Alle drei hatten dieselbe Blässe, grimmige Münder und leere Augen. Selbst von der anderen Straßenseite aus konnte ich erkennen, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Holden und seine Familie waren vor Sonnenuntergang weg. Ich erinnere mich daran, was der ursprüngliche Begrüßungsausschuss zu meinen Eltern sagte, als wir einzogen. Nicht jeder, der den Pfeifer ansieht, stirbt. Aber selbst diejenigen, die leben, verlieren das Licht in ihren Augen und der Rest ihres Lebens ist voller Unglück. Millionen kleine Tragödien. Ich glaube, Holdens Eltern müssen nachgeschaut haben, entweder um ihn zu trösten, wenn sie es nicht glaubten, oder um die Last zu teilen, wenn sie es doch glaubten. Manchmal beobachte ich Nola, glücklich und jung und lebendig, und frage mich, ob ich, wenn ich langsamer gewesen wäre, wenn sie aus dem Fenster geschaut hätte in dieser Nacht, hätte ich dann auch geschaut, um sie zu trösten, um diese Last zu teilen? Ich bin froh, dass ich das nicht herausfinden muss. Wir wohnen immer noch in dem Haus, in dieser Nachbarschaft. Wir hören immer noch unseren Pfeifer jede Nacht vorbeigehen. Die Segnungen, das Glück, die guten Dinge hier sind zu gut, um wegzugehen. Aber wir sind vorsichtig. Wir haben keine Freunde mehr, die zusammen übernachten. Und mein Vater versteckt den Schlüssel für die Jalousien sehr, sehr gut. Nicht, dass ich nach ihm gesucht hätte. Es gibt Dinge, nach denen man einfach nicht suchen muss. Ich bin froh, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich bin froh, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich so gut fühle, dass ich nicht so CAP embedded in die Kosten dass ich meine Balance ziehe,